Hallo, mein Name ist Uschi Keisel und ich bin die Geschäftsführerin von LOGO. Was mache ich da? Meine Aufgabe ist es zu schauen, dass die Kollegen und Kolleginnen gute Rahmenbedingungen haben, damit sie in den unterschiedlichen Bereichen einfach gut und effizient und professionell arbeiten können. Das ist mein Job. Hallo, ich bin die Dagmar. Ich arbeite in der Jugendinfo. Unter anderem betreue ich eure Projekte und auch checktet ein Bewerbungsfoto. Dann habe ich Infos raus auf Instagram und Snapchat und Co. Hallo, ich bin der Klaus. Ich arbeite im LOGO und bin dort zuständig für europäische Freiwillige, die in die Steiermark hereinkommen und hier ihren europäischen Freiwilligendienst machen wollen. Und auch für ein paar junge Leute, die den europäischen, den EFDS Zivillingsersatz machen wollen. Hallo, ich bin die Sieke und bin im LOGO und Jugendmanagement für den EFDS zuständig. Das bedeutet, dass alle jungen Leute zwischen 17 und 30 Jahren sich bei mir melden können, wenn sie einen europäischen Freiwilligendienst machen wollen. Hallo, ich bin die Claudia Gans da. Ich bin im LOGO zuständig für, hauptsächlich für das Thema Auslandsmöglichkeiten. Das heißt, wenn irgendwer von euch mal vorhat, ins Ausland zu gehen, dann könnt ihr euch gerne bei mir informieren. Hallo, ich bin der Clemens. Ich bin für Jackie, die Jugendkarte zuständig. Ich schaue immer, dass wir neueste Angebote und Preise für euch haben und ein tolles Magazin machen, entwickelt bei der App etwas weiter und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Hi, ich bin der Tom. Ich bin Teil von LOGO Jugendinfo und dabei im Speziellen zuständig für die Themengebiete Sicherheit im Netz und alles, was damit zu tun hat. Ja, hallo, mein Name ist Uli. Meine Hauptaufgaben im LOGO sind die Teamleitung im Bereich Jugendinformation. Und das Streuen von Infos auf unserer Website. Hi, ich bin die Chrissy. Ich bin Infoberaterin. Ich mache unter anderem aber auch Workshops zum Thema Bewerbung und Informations- und Medienkompetenz. Ja, hallo, ich bin der Johannes. Ich bin bei LOGO für größere und kleinere Projekte zuständig und du viel organisieren und schaue, dass quasi viele Themen für Jugendliche aufbereitet werden. Ja, hallo, ich bin der Gregor und gemeinsam mit Johannes bin ich beim Projekt Gesund und Du im Projektmanagement tätig und zusätzlich darf ich die Jobbärse von LOGO leiten bzw. entwickeln und weiterführen. Hallo, ich bin die Faustina. Ich arbeite für das Programm Erasmus Plus und mein Job ist es, Jugendorganisationen und Vereine dabei zu unterstützen, Geld von der EU zu kriegen für Jugendprojekte und internationalen Austausch. Hallo, ich bin die Johanna und ich bin Teil des Infoteams und dort bin ich vor allem für den Bereich Arbeit zuständig, also wenn du Fragen hast zur Jobsuche, Bewerbung oder Lehre, dann komm einfach vorbei.